Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Gravity Rush 2. Im letzten Part haben wir die Story Episode 24 abgeschlossen. Wir haben einen epischen Kampf mit Raven gegen die Weißen Nevi und gegen Electricity geführt. Und leider haben wir verloren. Auch Junika, die ganze Armee, Commander Yuri, Perme. Sie sind alle, ja, besiegt. Cat ist nur noch übrig und Kai. Und Cat ist stinksauer, wie man hier sehen kann. Denn jetzt beginnen wir mit Story Mission 25. Stille. Oh mein Gott, wie wütend ist Cat? Oh, sie ist sofort in den Panzermodus gegangen. Aber da sind doch so viele Electricity. Wie soll sie das denn schaffen? Moment, das war die Richtige? Oder sind alle die Richtige und sie hat sich einfach nur aufgesplittet? Ich weiß es nicht. Aber wie Cat das einfach mal geschafft hat, random in den Panther-Modus zu kommen. Na los, jetzt hau sie um! Oh nein! Was ist denn mit meiner Gesundheit? Ich muss mich sofort aufheilen. So, Moment. Ich geh mal kurz runter zum Heilen. So, sehr gut. Und jetzt... Weiter. Ich bin hier nur noch am 4L drücken, um hier hinterher zu kommen, weil sie so blitzschnell ist. Weil Electricity halt, ne? Ich werde dich aufhalten! Oh! Achso, ich muss näher ran. Okay. Und jetzt... Jetzt geht's los. Cat führt einen grandiosen finalen Schlag aus. Und... Wow, sie ist richtig pisst. Und... Oh nein. Sie hat sich total verausgabt. Da bist du wieder. Du hast alles versucht. Gib jetzt endlich auf. Du wirst es nicht verstehen. Aber ich will versuchen, zu erklären, warum es geschehen muss. Lange Zeit dachte ich darüber nach, wie man diese Welt heilen könnte. Dann sah ich alles im Traum. Eine Stimme in der Dunkelheit zeigte es mir. Ich sollte die Frau im Kristallpalast erwecken. Da wusste ich, wer und was Electricity war und warum sie im Kristall gefangen war. Unsere Vorgänger haben sie dort eingespielt, weil sie Angst vor ihrer Macht hatten. Schade eigentlich. Warum sollte man eine solche Macht ungenutzt lassen? Wenn man sie für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Ich weiß, wie wir alles richten können. Die Traumstimme hat die Wahrheit gesagt. Solange diese Stadt existiert, ist Eto nicht frei. Es scheint, dass deine Macht sich langsam dem Ende zuneigt. Tantchen. Tummerweise ist Electricity's Macht grenzenlos. Was? Noch mehr von denen. Wie kann ich an ihren Angreifen ausweichen? Was? Sie hat mich verfehlt. Diese Energie, sie scheint zuerst hohe Objekte zu treffen. Okay, zuerst hohe Objekte. Das heißt, Cat darf nicht oben bleiben. Ah, die Raketen. Genau. Ah! Oh mein Gott, die trifft ja richtig hart. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Schnell. Oh, die Musik ist gerade so schön. Fallen lassen. Irgendwo anders hinfliegen. Diese Angriffe bringen überhaupt nichts. Wie konnte sie sich überhaupt so aus... Wie konnte sie sich überhaupt so aufteilen? Sind das Klone oder sind das alles geteilte Electricity's? Oh nein. Sei jetzt nicht... Was? Fortfahren. Was hatte Keta gesagt? Ich fliege da am besten nochmal hin. Sie scheint zuerst hohe Objekte zu treffen. Das heißt, wir gehen am besten direkt in den Park. Au! Das war eine blöde Idee. Oh, verflixt. Wo ist jetzt was zum Heilen? So, schnell runter, schnell runter. Nein! Oh Gott. Wie soll ich denn das schaffen? Das kann ich gar nicht gewinnen, oder? Oder muss ich nur durchhalten? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es erstmal mit durchhalten. Weil ich sehe auch keine... Ich sehe auch keine Gesundheit. Gar nichts. Ja, ja. Nochmal die Szene. Ist es gut. So, ich versuche es mal mit dem schwarzen Loch. Ich versuche es mal mit dem Sch summ Chamberlitz Rainbow. Ich habe jetzt mal mit dem Schuss bitten. Ich bin froh. Ich konnte nicht mehr. Ich habe nichts mit der zweiteil dasselbe. Ich weiche mal lieber aus. Hey, da ist ja noch eine Rakete. Sehr gut. Da ist noch eine Rakete. Verflucht. So, aufhellen und nach einer Rakete suchen. Wenn die noch irgendwo welche sind. Ich muss sofort davon weg. Ausgewichen. Kat, Kat. Diese Stimme zieht ihr näher? Gravi, Königin, fall nicht auf das falsche Licht herein. Falsches Licht? Ich gewähre dir die Macht, klaren Blicks die Wahrheit zu erkennen. Als Traumwächter ist das meine letzte Aufgabe. Jetzt liegt es an dir, die Welt zu beschützen. Kat, ich hatte einen seltsamen Traum. Sie ist wieder aufgewacht. Also, sie ist jetzt nicht die Schöpferin Zyanea oder Traumwächter Zyanea, sondern die Richtige. Jemand sagte, ich müsse Lebewohl sagen. Ich werde dich sehr vermissen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Zyanea, ihr deutet doch jetzt nicht an, das Kat. Nein. Leb wohl. Achso, weil Zyanea... Oh nein. Weil sie ihre letzte Kraft opfert. Oh. Die leuchtet anders. Ich glaube, die ist das. Besiege die echte Electricity. So, wo ist sie denn da? Aber sie flitzt so schnell. Wie soll ich die denn... Genau, Lunar-Steel. Lunar-Steel und dann mit allem, was ich hab... Mit allem, was ich hab, treffen. Das Problem ist, dass Electricity so schnell hoch kann. Was ist überhaupt mit den anderen? Kann ich die anderen denn überhaupt irgendwie besiegen? Gibt's denn hier irgendwo noch irgendwas, äh... Wie eine Bombe oder so? Kann ich die falschen Electricity überhaupt besiegen? So, erstmal geh ich hier hin und heil mich. Da ist ne Rakete, sehr gut. Fast alle Duplikate sind weg. Das ist meine Chance. Was war das denn gerade? Na, komm schon. Ein paar Schläge werde ich doch wohl noch reinbekommen. Ach, verflixt. Au! Panther-Modus. Sofort. Wo ist sie denn jetzt? Da! Und jetzt! Halt! Wir müssen schnell weg. Irgendwohin, wo wir uns heilen können. Da unten, da müsste noch ein Kristall sein. Da habe ich ein Kristall gelassen. Wobei hier auch einer war... Ah! Was? Wieso bin ich denn jetzt Game Over gewesen? Warnung! Im nächsten Video-Segment seht ihr eine Film-Montage, weil ich den Kampf gegen Electricity ziemlich versaut habe. Viel Spaß, Leute! Das war's. 我的 defensiv объizint. Das war's. Musik 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 Und nicht nur das. Es sind lebende, fühlende Wesen. Er wollte mehrere Bevölkerungen, mehrere Städte auslöschen. Einfach nur, weil er meinte, ich mache die Welt richtig. Das ist bescheuert. Du bist bescheuert, Kai. Meine neue Welt braucht nur wenige Auserwählte. Ganz falsches Denken. Gut so. Sorry, normalerweise bin ich eigentlich nicht dafür, dass man Kinder schlägt. Aber er brauchte wirklich mal eine Backpfeife. Und jetzt heult er. Und was ist das? Hä? Oh nein. Irgendwas frisst ihn. Also ich meine, er hat eine Backpfeife verdient gehabt, dass er mal zur Besinnung kommt. Aber dass er gefressen wird von irgend so einem düster Viech. Ist das vielleicht ein Nevi? Oh Gott, wenn ein Nevi ihn gefressen hat. Ihr habt euch gezeigt. Dunkelheit, Leere, Furcht, das Ende, Verzweiflung. Die destruktive Kraft, die die Welt zurück ins Nichts schleudern wird. Es gibt nur einen Weg, das Licht vor der Dunkelheit zu schützen. Du bist dieser Weg. Ich kenne diese Klamotten irgendwoher. Ihr vielleicht auch? Ich denke, es ist ganz gut, es mit einem Cliffhanger enden zu lassen. Ich habe ein bisschen viel Mist gebaut und deswegen, ja, setze ich das Ganze im nächsten Part fort. Bis dann, Leute. Bye, bye. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann,. Süe,ID bitterness lining. Bis dann. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. invent guy imit. Abuls 끼 Pois uns. Untertitelung des ZDF, 2020